So, sehr gerne, ähm, 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 was ist mit meinem Auto los? Äh. Äh. Ja, schöner Scheiß. Oh, das ist okay. Okay, ich geh. Weil ich eigentlich was anderes mache? Hm, bee don't breed, äh, the beast in me. Machen wir das. So, warte. Äh, Domingo. Ah, ja, war ein kurzes Vergnügen. Äh, herzlich willkommen zu eurem Schildbeißer anfangs an 17. Was für eine Kacke. Äh. Ich mach's Motorrad. Hm, hm. Ach, da. Okay. Hey, 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 mach mein Bike nicht kaputt, Fräulein, ja? Nein. Uuh, ist ja Stau. Rushable. Entschuldigung, Motorrad, machen wir's auch wie. Alle anderen asozialen ziehen einfach vorbei. Finde ich's mal in Ordnung, aber naja. Leid das mir mal hier lang. Wo ist der Abbieger? Ja. Ne, nicht da, aber die nächste. Ja, ich hab's doch nicht drauf mit dem Fahrrad. Jesus. Der hat echt Will-Spin gehabt? Naja. Und ich wüsste mega flüssig rüber. Ich hab... Hä? Oh. Ja, wenn man... Ja, auf die nach OBS guckt und aufpasst. Am. Heute geht's. Wir können halt ein bisschen zogern. Ich hoffe, das geht nachher ein bisschen weiter so. Ich merkst zwar schon wieder bis im Anflug, dass du... Die Beinscheibe selber ist ja nicht mal so ein Problem. Das ist doch das, was sie zusammengefälscht. Das ist ja das Nervt. Das ist ja das Nervt. Das ist ja das Nervt. Äh? Wer ist denn hier tot? Versteh ich nicht. Naja, ich neutralisierde gar nichts. Ich bin raus. Ich will hier auf dem Rennen vorbereiten. Wie es wieder easy wird. Was haben wir ja Lernen noch davor. Uff, Lernen. Okay. Telefon. Äh. Das sieht auch so. Morgen. Ich glaube, ich muss das, weil ich dich nicht wecken. Hab dich Frühstück da gelassen. Guten Hunger. Ach so, das war... Okay, cool. Ich bin ja voll lieb. Ich glaube, wir fangen wieder was an. Ich würde es feiern. Hallo? Telefon? Danke. Claire. Wie? Bereit fürs nächste Rennen? Jep. Bin schon da. Bereit und startklar. Kann mich da hinsetzen. Willst du dein Auto nehmen oder meine Bestie? Die Bestie. Ich glaube, sie will raus. Ein so hübsches Tier darf man nicht so lange einsperren. Gut gesagt. Wir treffen uns in Rancho, ja? Bin gleich da. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Doch, wenn wir uns jetzt sind, war das sehr schön. Wenn du schon an der Couch bist. Ja, Bullshit, die Karre. Auch Bullshit. Du bist auch Bullshit. Ich sehe vor dem Start nochmal unter die Haube. Zur Sicherheit. Bleib in der Nähe. Okay? Okay. Sprich mit Claire. Okay. Hast du keine Angst, dass du drauf gehst? Was? Heute? Hier? Wieso? Nicht nur heute. Aber könnte sein. Vielleicht auch beim nächsten Rennen oder danach. Eine Freundin von mir hatte einen defekten Toaster. Schlag gekriegt. Tot. So ist das Leben. Menschen sterben eben. Que sera, sera? Serra, sera. Forever to be. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wie schätzt du unsere Chancen ein? Nun, Luigi wird schwer zu schlagen sein. Und Margit schießt heute für ihn. Okay, und? Das Mädel macht keine halben Sachen, aber denkt nicht zu viel dran. Stört die Konzentration. Die Augen immer auf die Straße. Ich kümmere mich um den Rest. Sorry. Ich brauche noch eine Weile, um die Reifen zu testen. Okay. Wow, ich habe ein Engels. Hi, du. Schmeißt du? Ne, will ich nichts fahren? Ich bin von der Zeitung. Wollen Sie dazu ein Interview abgeben? Nix? Und Sie? Wie? Auch nix? Hallo. Ist jetzt scheiße. Ich geh jetzt. Ich überfahre euch. Haha, Pisser. Machen Sie fertig. Sixth Street sind die Besten. Startet eure Pferdchen. Äh. Ich glaube, der... Ich will verbranntes Chutu riechen. Lasst sie brüllen und die Ohren bluten. Oh ja, genau so. Der Countdown beginnt. Mir höre ich nix. Oh Jesus, geh doch weg. Siehst du, der ist hinter uns? Weiter voraus. Okay. Jesus. Ja, nochmal normaler und komplett langer Scheiß. Ich wüsste ja, welchen Sau-Domann aber sollte dafür. Ufa. Ich bin verbremst. Ich dachte, die können da vorbei, aber warte mal, ist ein Baum. Den Kriege, mal klappen den kleinen. So viel Drift. Seid ihr bald? Ja, geht. Ach. Noch, äh, der 18. Stück. Okay. Hinter uns, pass auf! Die wollen überholen! Versuchen können sie es ja. Oh, boah, viel Spaß. Hier nehmen wir noch eine Quest machen, so lang sie will die fahren. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da kann man was Neues da haben. Die fahren da vorne. Seid ihr blöd? oh 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 scheiße voll naja 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 ok chu 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 hä oh ja genau so der countdown beginnt 3 2 1 hallo danke siehst du den vor uns? Luigi, eben ab! Luigi, wo ist Mario? große Kurve da vorne, schneid sie! wow sooo aber so heftig jesus das hab ich jetzt noch mal hinsehen da haben wir die Checkpoints mit, ne? ne? da sind wir so fatale Fehler wie das letzte Mal na, schon ist gut paar abbremsen, Gasgeber ein bisschen zu hart, aber so, dann immer hängen bleiben ich hoffe es nochmal zu machen, wir haben schon Zeit dann geht das Display raus, ne? ne? ja, was? Problem damit, hä? Problem damit! Frage dran, ne? ah, wir können auch so fahren äh, nehmen wir die Perspektive ich bin ein Annehmer hinter uns, pass auf! die wollen überholen! ja, ja suchen können sie es ja da bin ich ja jetzt schon mal ab hoch, hä hä hä! die Steuerung ist halt auch komplett für den Arsch manchmal ich weiß nicht komm mit rein, dann wird mit rein zum Abend wir können das gewinnen, wie? Boah! hart versammelt grad warte chill laut, wenn wir zur Straße easy ich fahre mich wieder auf einmal mit dem ne? mit dem die Motorräder ist wahrscheinlich deutlich entspannender echt jetzt verarsch mich doch nicht Gott, oh Gott, oh Gott Endensatz Schön, dass die Bremse Und dass wir wieder nach vorne kommen Easy Gott, danke für mein Nutzerhalte hier Das rennen wir jetzt eigentlich durch Wenn das irrschaftliche Computergegner werden Und wird das Ding vernoren jetzt Weil da aufholen noch Nach so einem Ding Boah, keine Chance Alter, was für eine Schrecke Na, ich hab nichts gemacht Kohler, was? Erster Platz Wie geil, wir haben echt gewonnen Wir sind im Finale Yeah Yeah, Baby Nicht anhalten, okay? Fahr noch ein bisschen Wozu? Zum Reden Gib was, dass du wissen solltest Okay Setzen wir uns eine Weile dorthin, okay? Okay Ah, romantische Pärchenausblick Ah, wie süß Boah, wir wollen noch mal zum Halt hier, aber okay Wow Wow, toller Ausblick Ja Den und ich Wir waren früher oft hier Wolltest du mir was erzählen? Den hatte ich schon erwähnt, oder? Mein Mann Dein Fahrer, richtig? Der beste Mann, den es je gab Wir waren schon vor meiner Geschlechtsangleichung befreundet Hat mir Narzissen ins Krankenhaus gebracht Zum Neuanfang Wart ihr lange verheiratet? Zwölf Jahre Dean hat immer gescherzt, zum 15. Würde er mich zu meinem ersten Implantat überheben? Wollte mich überraschen Ich frage jetzt mal nicht, aber naja Darf ich fragen, warum du keinen Chrom hast? Ich liebe Maschinen, wie Aber ich wollte nie zu einer werden Komisch, hm? Ein wenig, ja Aber ist ja deine Sache Den hätte als einziger meine Meinung ändern können Schätze, wir werden wohl nie erfahren, ob er das geschafft hätte, hm? Warum erzählst du mir von Dean? Warum jetzt? Er starb letztes Jahr beim Rennen Im Finale Aber nicht auf normale Art und Weise Gibst du dir die Schuld an seinem Tod? Ich? Mir? Wie kommst du denn darauf? Schuld ist dieser Konzernwiesel Peter Samson Absoluter Abschaum auf zwei Beinen Wie genau ist dein Mann gestorben? Wir waren auf der Zielgeraden Samson mit Vollgas direkt vor uns Wir hatten verloren Also nahm Dean den Fuß vom Gas Da tritt diese Schlange voll auf die Bremse Dean auch Hat die Kontrolle verloren Aber läuft das nicht so bei Ren? Du kapierst es nicht Die Straße war frei Er hätte gewonnen Er hat es absichtlich getan Wie genau ist dein Mann gestorben? Wir waren auf der Zielgeraden Samson mit Vollgas direkt vor uns Wir hatten verloren Also nahm Dean den Da tritt diese Schlange Aber läuft das? Du kapierst es nicht Die Schlange Okay Gut Was ist mit diesem Samson? Ist nicht so wichtig Für mich war er nur ein Rivale Aber für Dean Na ja Samson und er hatten eine gemeinsame Geschichte Und ist was vorgefallen? Dean hat nie drüber geredet Aber ja Es gab irgendeinen Streit Irgendwas Persönliches Mit ihrer Rally-Rivalität Als Samson erster wurde War Dean wütend Hm Ah verstehe Das ist kein normales Rennen für dich Dir geht's gar nicht ums Gewinnen Genau Scheiß auf den Sieg Ich will Samson Und das ist dein bester Racheplan? Leute sterben andauernd auf der Strecke Wird niemandem auffallen Ganz normaler Tag beim Rennen Völlig regelkonform Und was, wenn Samson nicht an der Startlinie auftaucht? Das würde er nie verpassen Glaub mir Er wird antreten Letztes Jahr war er Champion Er wird das um jeden Preis wiederholen wollen Und mich brauchst du, um ihn auszuschalten? Samson zu töten ist mehr wichtiger als der Sieg Sollten wir vor der Wahl stehen Sorry, dass ich dich angelogen hab Hm, hm, hm Okay Bedeutet dir scheinbar viel, also Begraben wir den Arsch Danke Das ist Wichtig Ich muss das tun Wir sehen uns im Finale? Ja Bis dann Bis dann Trifft dich mit Takamura Gerne Was ist denn hier? Äh Warte, okay Krass, da steht da drin, du Tschüss Da hinten waren da noch welche Komm, wir gehen mal zu denen kurz Wie siehst du, haben kein einziges Auto bezahlt, ne? Alles geschenkt bekommen Und komm, kann ich speichern Schnapp die ihn euch Auf der Strecke Fahr, was Ich glaub's war nichts Relevantes Achja Achso, ich will nach den Dings gucken Ähm Ähm Äh Alter, ich war's nicht Auf der Stelle ergeben Auf der Stelle ergeben Auf der Stelle ergeben Was da? Ah, das ist gut. Ah ne, jetzt wollte ich nicht Alter, hat sogar das Ding so zurück, krass Machst du das jetzt mal? Danke Aha Ja, zu diensten, klar Okay, gar keine Lust zu lesen Leben halt auf Legen wir da hin Krieg ich jetzt das Ding? Nö, verpackt Okay Ah, Beweismittel, okay Da fehlt ein bisschen was Haben die Blut deaktiviert? Hab ich was verpasst? Hey, Preach, whatever I got there Was? Äh, 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 was? Tschuldi. Mein Gott, mich nicht. Ich melde, aber ein bisschen bald. Okay, weißt du für was? Okay. Wenn wir geredet haben. Welches ist da vorne? Boah, da geht's auch noch. Boing. 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 Ich bin eine Hase. Was für ein Schroppplatz, wenn wir schon mal waren. Ich dachte gerade jetzt, aber... Okay. Ist das so gewollt? Was ist denn da? Außer... Noch nicht. Ach. Nicht erst mal wohin. Okay, ich hab's nur auf Max gedreht. Muss ich zugeben, alles, ne? Aber... Naja, was ist denn? Nice. Wirf eh immer die Waffe eisstecken, aber es geht ja leider nicht. Das ist so dumm. Ich halt. Ich meine, es gab irgendwo mal eine Tatstimmung, was ihr eisstecken könnt. Oh, so die Feder raus. Nächste Waffe, nächste Waffe. Zum Durchschalter. Ups, das war jetzt dumm. Das ist gefettfingert. Egal. Dann gucken wir mal kurz, wo wir hingehen. Hey, wenn du Party mitmischen willst und, äh... Nur zu. Wer weiß, wer ist ja richtig, aber pass bloß auf dich. Griffe das Vergangenen deines Onkels. Ein falsches Wort, ein falsches Bewege und schon fliegen die Fetzen. Deine Fetzen. Hört mich gut an. Guck mal, ich mach'n. Okay. Wo ist das? Okay. Einmal gehen wir jetzt zu Fuß. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Glaubst du es zwar nicht? Wird so schön. Dass wir die Tarotkarten finden, aber naja. Mal juckern und so weiter ist es auch nicht weg. Es ist Polizei da unten. Aber es ist kein Ton mehr. Es leiden. Soll ich da nicht hin. Ist doch gar nicht die Polizei. Brauchst du ein CPD? Ich speichere mal. Wenn wir da nochmal rauskommen, hat er mal bitte nicht mal irgendwas. Ja, verstehe ich schon. Ist leid wieder. Weißt du denn, warum? Hab ich nur was in meinem Bein gemacht? Ganz komisch. Ich sage, ich geh jetzt ja ab, ne? Jesus. Äh. Boing. Komm, renn. Jetzt laden wir wieder. Nee, das ist schon nix. Ich gucke halt überall nach diesen Tarot-Scheiß-Dingern, du. Kann man schon nerven. Hi. So, darf ich mitgrillen? Wer bist du? Ich bin wie? Und sie? Okay. Ist das interessant, das? Bis jetzt net. Okay. Jo, Schwester, was geht? Kennen wir uns? Lässt sich ändern. Ich tanze mit. Okay, doch net. Ist doch langweilig. Ah. Hi. Bin nicht in der Stimmung. Geht bitte einfach. Okay. Bin nicht mit mir grillen. Hast du Kleingeld? Na, net so viel. Hab nur so 40.000. Au. Au. Will der? Ja, ich mach mal mit. Was zur Hölle willst du? Ist das ne Fangfrage? Ich muss los. Hi. Ich speichere mal, bevor ich jetzt irgendwen anpinge. Okay. Was haben wir hier? Die Piraten von der 6th Street. Na, ich bin lesefaul. Ich bin lesefaul. Okay. Nächste Ausgleichsession. Wissen wir, was der Herr will. Und was es aussieht. Und was da abgeht. Und danke fürs Zuschauen. Bitte bei der Side-like. Und die Abonnierung nicht vergessen. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.